Willkommen zur Stadtbesichtigung in Nordhausen am Harz in Thüringen. Nordhausen verbindet Modernes mit Historischem. Im Stadtzentrum befindet sich das Historische Rathaus, direkt daneben ein modernes Einkaufszentrum. Direkt neben dem Stadtzentrum befindet sich die liebevoll sanierte Altstadt, eine der beliebtesten Wohnorte der Stadt Nordhausen. Im Herzen des Stadtzentrums befindet sich ein sehr modernes Shoppingcenter mit Lebensmittelmarkt und Tiefgarage. Daneben das Kino und das Stadttheater. Wohnen im Stadtzentrum bedeutet also sehr kurze Wege. Untertitelung des ZDF, 2020 Wohnen im Stadtzentrum ein Wohnen im Stadtzentrum und Tiefgarage. Wohnen im Stadtzentrum Wohnen im Stadtzentrum Wohnen im Stadtzentrum Wohnen im Stadtzentrum Wasserforsche. Wann zieht es noch kurz nach mir! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Eine weitere sehr beliebte Wohnlage ist die Oberstadt von Nordhausen. Hier befinden sich repräsentative Villen aus dem 19. Jahrhundert. Untertitelung des ZDF, 2020 Fünf großen Kiesgewässern, welche sehr sauber sind und bei badenden Wassersportlern und Anglern sehr beliebt sind. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020